servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit sehr sehr interessanten zahlen die wir mal wieder haben denn es gibt neuigkeiten bezüglich der spieler zahlen von world of warcraft letzten endes gab es vor kurzem bei der games developer conference eine präsentation von john hyde general manager des warcraft franchises und dabei hat er zum ersten mal seit jahren glaube ich wieder in irgendeiner form zahlen zur aktuellen spielerschaft von world of warcraft vorgelegt wobei man dazu sagen muss es ist ein bisschen schwierig einzuordnen da blizzard nur die zeitachse mit zahlen versehen hat nicht aber die zeit oder die achse der spieler zahlen dementsprechend ist das ein bisschen schwierig zu sagen okay was heißt das jetzt wie sieht das aus und so weiter und so fort was wir auf jeden fall schon mal einschätzen können laut diesen blizzard internen zahlen sind mehr spieler im spiel gewesen zu world of warcraft classic und zu world of warcraft shadowlands als es zu world of warcraft legion der fall gewesen ist das finde ich tatsächlich relativ interessant hätte ich nicht gedacht expectation also das was sie erwartet haben ist so ein bisschen diese gestrichelte linie hier die ganze zeit actual ist halt ja die normale linie die sich dadurch zieht wir sehen dann nach shadowlands ging es wieder ziemlich bergab dann mit dragon vielleicht ging wieder ein bisschen nach oben aber auch nicht so stark wie beispielsweise mit dem launch von shadowlands und mittlerweile haben sie sich durch verschiedene sachen wieder gefangen und sogar sind sie gewachsen im vergleich zum launch von dragon flight durch cataclysm classic was angekündigt wurde wrath of the lich king classic hardcore season of discovery das spielt da schon mit alles rein also man kann die zahlen jetzt nicht nur rein auf retail beziehen aber und das ist der punkt leute haben jetzt mutmaßungen angestellt und zwar anhand diesen graf ist hier dafür gibt es noch zig andere sachen die youtuber und so weiter mit in betracht gezogen haben also sprich hinweise zahlen etc pp weil ich glaube nicht dass man diesen graf sonst eins zu eins aneinander rein kann und sagen kann jo die zahlen bedeuten jetzt genau das gleiche aber wo es darauf hindeutet warlords of draenor ging die zahlen sehr sehr stark bergab und das haben wir dann auch hier wieder gesehen von den zahlen die blizzard jetzt veröffentlicht hatte wir kommen aus einem sehr sehr großen tief her und das wird warlords of draenor ungefähr gewesen sein jetzt ist es halt interessant oder man muss das ganze mit einem kleinen augenzwinkern sehen denn ich würde meine hand nicht dafür ins feuer legen dass wir aktuell bei 7,25 millionen spielern stehen das sind hochrechnungen aufgrund verschiedener portale diesem wow subscriber timeline von verschiedenen usern dr doom blunt von belula und so weiter und so fort ich würde sagen sie geben einen ganz guten einblick darauf zu sagen dass wow aktuell nicht komplett tot ist oder so tot ist wie es vielleicht viele meinen aber ich tue mich schwer damit zu sagen hier wir knüpfen das einfach den graf an den alten dran sondern ich kann mir vorstellen dass wir doch eine ecke tiefer sind als das was wir früher hatten nichtsdestotrotz spitzenzeit war wrath of the lich king oder das normale wrath of the lich king mit über zwölf millionen aktiven spielern ich denke das ist ein part da werden wir nie wieder hinkommen das werden wir nie wieder erleben was mich wundert und das sind ja die zahlen die von blizzard bestätigt wurden hier rechts dass ein classic launch besser lief als world of warcraft legion und legion sogar noch beschissener lief als warlords of draenor hätte ich nicht vermutet wobei man dann halt hier sagen muss keiner weiß zu 100 prozent ob es damals dann wirklich 8,27 millionen spieler waren also das ist halt tatsächlich noch sehr sehr schwierig zu beurteilen den tiefpunkt hätten wir dementsprechend erreicht in der zeit von battle for azeroth und mittendrin in der wartezeit zwischen shadowlands und dragonflight das und das sind ja zahlen von blizzard oder der graf ist von blizzard validiert wir wissen halt nur nicht welche zahlen da dahinter stecken das wundert mich nicht also weil nicht die shadowlands content dürre war schon ziemlich ätzend und auch so in battle for azeroth ging es teilweise ziemlich ziemlich stark bergab aber ja jetzt was mich wiederum auch nicht wundert blizzard hat sehr sehr viel content gebracht für möglichst viele spieler also dragonflight dieses season of discovery classic plus das erfreut sich großer beliebtheit das sieht man ja beispielsweise auch auf twitch hardcore classic wrath of the lich king classic also da wundert es mich nicht dass durch all diese vielen verschiedenen spielformen die zahlen nach oben gegangen sind das kann ich mir schon durchaus vorstellen aber ob wir wirklich bei 7,25 millionen aktiven spielern stehen und da hat ja blizzard in der regel nicht chars eingerechnet sondern aktive accounts ob wir wirklich so viele haben ich kann es selber weder widerlegen noch bestätigen da haben sich mehrere leute mit komplizierten rechnungen gedanken drüber gemacht und sind gemeinsam auf diese zahlen gekommen also das war jetzt zum belula graf und auch hier von diesem subscription website die sind auch bei knapp 7,5 millionen angelangt so irgendwie in dem dreh also weiß ich nur weil es jetzt mehrere sagen heißt es nicht unbedingt dass es richtig sein muss aber die zeichen gehen alle so ein bisschen in dieselbe richtung wer sich mehr dafür interessiert wieso weshalb warum diese stellen zahlen zustande gekommen sind der kann sich gerne mal hier diesen report von belula anschauen was ich hier auch nicht uninteressant fand das theoretisch ja auch botter und multiboxer und so weiter die teilweise auch mehrere accounts besitzen damit rein zählen also ich würde nicht sagen dass wir wirklich rein aktiv 7,5 millionen aktive spiele haben das erscheint mir ein bisschen zu viel wenn es so ist würde es mich freuen natürlich aber ich denke nichtsdestotrotz und das ist ja die das hier ist die offizielle statistik die wir von blizzard haben was wir davon sagen können ist zumindest dass das spiel seine höhen und tiefen hatte aber immer noch es schafft sich wieder hochzuklettern mit inhalten und die leute wieder anzulocken also world of warcraft ist denke ich noch lange nicht tot was das am ende in spielern bedeutet es wäre cool zu sehen würden sie ab und zu mal wieder quartalsmäßig wirklich die subscription zahlen bringen aber ich glaube das wird nicht mehr geschehen schreibt gerne mal in die kommentare haltet ihr diese 7, irgendwas für realistisch ja oder nein ich bin sehr gespannt damit dank fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen bis zum nächsten video